Wenn wir sagen, wir haben 15-Jährige, die im Prinzip dann Verbrechen begehen und dann nicht mal der Name der Eltern genannt wird, weil man sagt, die darf man nicht nennen und alles. Ja, ich frage mich, wenn ich sage, ich habe einen Hund und der beißt einen, dann bin ich verantwortlich. Wenn ich ein Kind habe, das im Prinzip von mir fälschlicherweise falsch erzogen ist, dann gibt es keine Verantwortung, nichts mehr.